Ein ausgeuferter Streit um ein falsch geparktes Auto ruft jetzt Jule Polanski und Robin Sturm auf den Plan. Also das ist anscheinend das Geschehen hier. Ich glaube, ach, regt der sich denn da auf wie so ein Fahrrad da? Ja, ehrlich. Hallo, schönen guten Tag, die Polizei. Hallo, Polanski mein Name, wer hat uns denn gerufen? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass hier irgendjemand an meinem Auto rumtog. Was soll denn das? Ruhe jetzt hier. Haben wir uns jetzt verstanden? Sonst geht das nicht ganz gut. Einmal von der Kollegin weg. Mit meinem Auto wird was gemacht. Kommen Sie mal zur Seite. Dann reden wir miteinander und dann können wir das Ganze ruhig besprechen. Was ist denn das für ein Problem jetzt hier? Was heißt Problem? Ich stelle mein Auto hier ganz normal ab und dann gucke ich raus und dann sehe ich... Einmal die Hände runter, danke. Wo haben Sie Ihr Auto abgestellt? Da, wo es steht? Ganz normal vor meiner Garage. Nein, nicht da. Welche ist Ihre Garage? Wir müssen ja erstmal wissen, was hier los ist. Okay, und wieso kommt das Auto jetzt an die andere Seite? Das weiß doch ich nicht. Ich sehe nur, dass da irgendwie so ein Idiot auf einmal anfängt. Hände runter habe ich Ihnen gerade schon gesagt, ja? Mein Auto abzuschleppen. Wir können ein bisschen ruhiger mit mir reden, das ist Ihre Frau? Ja. Gut. Haben Sie beide Zugriff auf das Auto? Ja, wir waren vorhin einkaufen, sind nach Hause gefahren, haben wie immer vor unserer Garage gepackt, das ist hier die zweite, und sind reingegangen. Und haben Blumen in den Garten gebracht und als wir dann gemerkt haben, dass unser Auto abgeschleppt wird, sind wir natürlich sofort rausgegangen. Wir haben nämlich da gepackt. Okay. Okay, Schlüssel hatte wer? Der liegt drin. Der liegt drin. Ganz normal. Okay, ich unterhalte mich mal mit dem Abschleppunternehmen. Kriege ich einmal den Personalausweis von Ihnen? Den habe ich jetzt nicht hier, den habe ich drin. So. Haben Sie drin, wo und drin? Hallo nochmal, Polanski. Hallo. Was jetzt? Wer hat Sie denn gerufen? Wir hatten einen Anruf bekommen, anonym, da hieß es einfach, Wagen steht vor der Garage und gehört halt eben nicht dazu, ist nicht in die richtige Garage und soll abgeschleppt werden. Dann sind wir hingekommen, wollte ich den abschleppen, dann kommt der da raus, wie so eine Furie. Sie gehören mit hier zum Abschleppunternehmen. Und der Junge hier, wer ist das? Wer sind Sie, bitteschön? Ich bin eh nach der Garage, ich wohne links da vorne, eh was. Und Sie haben den Abschleppdienst gerufen? Nein, ich bin nur sehr amüsiert, ich habe ihn nicht angerufen. Okay, Sie haben ihn nicht angerufen. Wissen Sie vielleicht, wer denn angerufen haben könnte? Haben Sie noch Familie, dass da vielleicht jemand angerufen hat? Nein, nein, aber der parkt permanent falsch in der Nachbarschaft und auch immer vor meiner Garage. Das war klar, dass irgendjemand dann mal anruft. Aber ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend hier. Das ist öfter, als das immer da steht. Okay. Also Sie wissen nicht, wer Sie angerufen hat? Er hat nur einen anonymen Hinweis bekommen. Okay, gut. Die haben wir heute eingekauft, wir wollten unseren Garten machen. Ja, da haben Sie ja schön erst mal, dann können Sie ja bald noch eine neue kaufen, ne? Ja, was ist jetzt passiert drum? Also er sagt, dass Sie anonym angerufen haben, dass hier, ähm, Sie bleiben schön hier. Sie brauchen gar nicht schon wieder darüber gucken und weiter den Streit fortsetzen. Ähm, anonymer Anruf, dass halt das Auto halt hier steht, falsch geparkt vor dieser Garage. Weil der Abschleppdienst bekommen. Genau. Aber die wissen nicht von wem. Also ja, ihr Nachbar, also er ist ja ein Nachbar, ne? Das ist der Nachbar. Der Nachbar sagt aber, er war's nicht. Nee, natürlich nicht. Er hat nicht angerufen. Er sagt zwar, dass Sie immer wieder hier falsch parken, aber er hat niemanden angerufen. Und die Garage, wo Ihr Auto jetzt gerade vorstellt, ist die vom Nachbarn? Ja, ja. Von dem Lein, der da steht, ja. Also dann kann man es ja eigentlich nachvollziehen, dass es, ne, dass es das abschleppen lässt. Ja gut, ich meine, normale Menschen kommen da mal eben klingeln. Sehe ich genauso. Nee, aber wir haben auch wirklich da nicht geparkt. Wir sind vom Einkaufen gekommen und haben auf unserem Stellplatz gespart. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie die Problematik hier zwischen Ihnen schon gelaufen ist, schon früher. Von daher nehmen wir es ja erstmal jetzt so auf. Möglichkeit, Zweitschlüssel? Ja, aber der... Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist oben in der Geldkassette oder so. Ich komme mit Ihnen mal rein und dann schauen wir mal. Als die Beamten gemeinsam mit dem Paar in deren Haus das Rätsel um das umgeparkte Fahrzeug lösen wollen, macht die Frau eine folgenschwere Entdeckung. Der Schlüssel ist weg. Wie, der Schlüssel ist weg? Den habe ich vorhin hier hingelegt. Ja. Hast du ihn in die Tasche gesteckt? Ich mache in der Küche mit den Einkaufen. Schauen Sie mal, schauen Sie mal in Ruhe nach. Schauen Sie auch mal in Ihren Taschen? Ja, na, ich habe doch keine Taschen. Ich habe doch keine Taschen hier. Jetzt kannst du mir mal suchen, helfen, das ist mein Sohn. Okay. Kannst du mal helfen? Haben Sie noch einen Zweitschlüssel irgendwo? Wo hast du den denn zuletzt gehabt? Wir haben doch den... Ich habe den da vorne hingelegt. Ich bin doch nicht blöd. Aber ich habe dir doch, letztens habe ich dir doch zum Geburtstag so einen Finger geschenkt. Hast du den denn nicht? Der muss auch noch da liegen. Da liegt er. Guck mal, das ist so ein komisches Teil, dann piept das. Dann piept das, dann versuchen wir es mal hier drin. Ne, also piepen höre ich nichts. Wie lange, wie weit reicht das? Ich glaube 20, 30 Meter. Okay, ja, dann gehen wir mal draußen gucken. Wenig später überschlagen sich vor den Garagen die Ereignisse. Offenbar hat es tatsächlich jemand auf das Paar abgesehen. Irgendwo piept es. Wo piept es? Hier. Siehst du, das sei eine Mülltonne, habe ich doch gesagt. Das ist unser Autoschwester. Ja, das... Jochen, jetzt bleibt hier. So. Einmal hierbleiben. Ja? Ganz ruhig. Ja? Jetzt nehmen wir mal die Hände runter. Vielleicht kriegen Sie die Handschellen an, ne? Weil ich ja keinen Bock drauf habe. Warum werde ich denn... Mir wird verstanden. Nein, ich habe Ihnen gerade gesagt, die Hände runter, ruhig bleiben, ja? Wenn Sie nicht auf mich hören, dann nehme ich die andere Masse. Ist alles in Ordnung? Ja. Geht es Ihnen gut soweit? Ja, ja. Geht es Ihnen gut. Aber jetzt, wenn das Auto abgeschleppt wird, ich möchte vielleicht noch einmal... Ich habe Ihnen schon gesagt, der wird jetzt nicht abgeschleppt. Ja, ja, das geht schon. Alles gut? Können Sie mir sagen, wer hat denn die Mülltonne schon mal gehört? Die gehört unserem Nachbarn, dem der Stellplatz auch gehört. Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, der Schlüssel wurde mit reingenommen. Ja, ich habe den Schlüssel, wir haben die Einkäufe reingetragen, die anderen Blumen haben wir schon reingestellt. Und dann habe ich den ganz normal vorne abgelegt, habe die Einkäufe reingeräumt und wir haben im Garten schon mal angefangen. Und nur Ihr Sohn war jetzt in einem Haus? Ja. Jens war da und wir beide. Jens, was hast du denn dazu? Ich frage mich sowieso gerade, was hier los ist. Ich war die ganze Zeit gerade nur drin. Aber ich müsste noch mal ins Auto... Das ist doch offensichtlich hier das ganze Ding. Also, wissen Sie nicht vielleicht, wie der Schlüssel in Ihren Mülltonne gelangt? Nein, ich weiß halt nur, das Auto stand wieder vor der Einfahrt, dann kam der Abschleppwagen. Und daraus sind Sie erst rausgekommen? Genau, um mir das Ganze anzugucken. Ach, das ist doch... Du kannst doch erzählen, was du willst. Das ist ein... Jochen! Siehst du, jetzt hast du schon wieder Husten. Achso, haben Sie so einen Inhalator? Ja, ja. Ganz gut, wenn er den einmal bekommt, ne? Ja. Wir haben noch einen im Handschuhfach, da muss ich mal kurz ins Auto. Nein, nein, lass mal, nicht im Handschuhfach. Lass mal, ich gehe doch schon wieder. Verzweifelt versucht der Mann, seine Freundin davon abzuhalten, einen Blick ins Handschuhfach zu werfen. Aus gutem Grund, wie sich nun herausstellt. Jochen! Was ist das denn jetzt? Das würde ich auch gerne wissen. Also das ist erst mit der Inhalator, den gebe ich jetzt erst mal Ihnen. Wir lassen Sie weiter nochmal? Hier haben Sie den jetzt erst mal, dass es Ihnen gleich besser geht. Jochen, erzähl doch mal, wer das ist. Darf ich mal sehen? Das ist mein Mann mit irgendeiner Frau. Das ist nichts. Das ist... Das ist doch... Gib mal her. Das ist eindeutig. Das ist die Kollegin jetzt mal. Ja. Jetzt sag doch mal, was das ist. Das sind... Das gehört doch hier jetzt nicht her. Viel wichtiger ist doch, was mit meinem Auto passiert. Das habe ich doch gerade schon Ihnen erklärt. Der Abschlepper nimmt es jetzt erst mal nicht auf. Sie zahlen höchstens die Leerfahrt. Du sollst das mal erzählen. Was haben Sie jetzt hier? Halt du dich doch mal raus da. In einer Woche habe ich es dir gesagt. Hast du dich daran gehalten? Nein, gar nichts. Also kommen wir nachher. Was haben Sie denn jetzt damit zu tun hier mit den Fotos? Erzählen Sie mir jetzt mal. Ich bin ja mal besser hier. Also das ist... Ja, seit einer Woche weiß ich eigentlich, dass der Jochen meine Mama betrügt. Okay. Haben Sie die Fotos gemacht? Nee, aber mir sind die Fotos halt zugespielt worden. Okay. Von wem? Bösen Sie mich? Nee, ich rede da ungerne drüber. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich habe die Fotos halt eben gehabt. Und ehrlich gesagt, das ist auch alles hier so meine Tat gewesen. Wie Ihre Tat? Ja, eigentlich war ich das alles. Ach, mit dem Auto? Ja. Also ich wollte halt eigentlich nur, weil ich habe ihm eine Woche Zeit gegeben. Die wäre heute Abend halt zu Ende gewesen. Also Sie haben ihn mit den Fotos konfrontiert. Ich muss das erst mal verstehen. Sie haben die Fotos bekommen, haben ihn damit konfrontiert, dass er... Dass er das meine Mama betrübt. Ihre Mama betrübt. Genau. Haben ihm dann die Pistole auf die Brust gesetzt. Genau. Und wie gesagt, du ihr das oder ich sag dir das. Haben ihm eine Woche Zeit gegeben. Genau. Und er kam aber einfach nicht in die Pötte, hat immer wieder den liebenden Freund gespielt. Okay. Aber ja, und heute habe ich dann eben gesagt, probier es das mal so. Und warum haben Sie Ihrer Mutter nicht einfach gesagt, wo die Fotos sind? Jetzt machen Sie dann hier so ein... Nein, weil ich halt einfach wollte, dass es eben so rauskommt. Weil so bin ich jetzt letzten Endes wieder der Böse. Okay. Leider Gottes ist es ja jetzt nun mal so, aber... Du hättest mir das doch sagen können. Ich wollte eben, dass er dir das sagt. Ich habe mir gedacht, der Mann ist halt genug. Du bist so ein Schrein. Was steckst du dich denn da rein? Ich möchte das so aus, das ist heute noch. Du kannst gehen. Das können Sie gleich unter sich klären, ne? Ja, das Ganze ist dann so gelaufen, dass der Sohn jetzt so einen Plan hatte, dieses Auto halt hier umzusetzen, die Fotos da zu deponieren und dementsprechend anonym bei dem Abschlepper anzurufen. Und als er kam, hatten dann die Herrschaften das hier auch bemerkt, seine Mutter und sein Stiefvater. Und dementsprechend ist diese ganze Sache jetzt hier aufgeflogen. Also für uns ist jetzt erst mal nur entscheidend, das Auto lassen wir wieder runter. Ihr Sohn muss die Leerzahlfahrt bezahlen. Also wer es jetzt hier bezahlt, ist es uns eigentlich relativ, ne? Der Abschlepper stellt jetzt das aus. Die Fotos können Sie bekommen. Und ich würde sagen, Sie können schon mal die Örtlichkeit hier verlassen. Ich bin aber sehr amüsiert. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Nach diesem kuriosen und emotionalen Einsatz besteht bei den Polizeikommissaren Jule Polanski und Robin Storm Redebedarf. Ah, hier wieder wegen solchen Familien. Boah, was für ein Hackback vor allem. Ich musste erst mal noch wirklich mal genau fragen, wer jetzt hier überhaupt was gemacht hat. Weil der Sohn ist ja auch witzig. Warum sagt er dann nicht einfach, ey Mama, hier guck dir die Fotos an, die habe ich bekommen. Und mach dir so ein... Weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er sich nicht getraut. Ja gut, ja gut. Wurden nicht früher immer die Überbringer der schlechten Nachrichten geköpft? Ja, ja. Machst du uns mal frei? Ja.